Und noch erfreulicher ist im Grunde, dass wir begrüßt werden von zwei Menschen, die hier in der Stadt Leum leben. Das heißt, wir werden begrüßt von Furtmar Kamp, evangelischer Pfarrer, und Frau Laumann, erste Stadtbeigeordnete. Das heißt, wir können uns willkommen heißen. Das ist wunderbar. Das gebe ich mal weiter. Danke, dass ihr da seid. Herzlich willkommen hier in Leun. Wir haben vereinbart, dass ich rede. Frau Laumann steht hier stützend zur Seite. Wussten Sie, dass Leun eine Stadt ist? Die Leuner hoffentlich schon. Wir Leuner werden das feiern. 350 Jahre nächstes Jahr. Stadt im Mittelalter. Weit vor der Stadt Leun galt ein Rechtsgrundsatz. Stadt, Luft, Macht frei. Leibeigene konnten den Städten ihren Besitzern entkommen, ein neues Leben beginnen. Städte waren Orte der Freiheit und des Lebens. Städte waren Orte, an denen Knechtschaft und Sklaverei abgelegt werden konnten. Stadt, Luft, Macht frei. Leun ist eine Stadt. Wussten Sie das? Ich wohne seit zwölf Jahren in Leun. Ich bin Leuner, das steht in meinem Pass und das nehme ich für mich in Anspruch. Und ich erlebe Leun als eine kleine Stadt, in der man nebeneinander leben kann. In der man frei sein kann. In der Menschen aus vielen Teilen Deutschlands, Europas, Jahr der Welt leben. Sie leben in Freiheit. Die kleine Stadt Leun im wunderschönen Landteil zwischen Taunus und Westerwald bietet Menschen aus vielen Gegenden Heimat. Bietet freies, selbstbestimmtes Leben. Ich bin froh, in Leun zu leben. Die Leuner dürfen gerne applaudieren. Und die anderen auch. Deshalb stehe ich hier, als Bürger einer Stadt, deren Luft frei macht. Ich stehe hier, weil ich diese Luft der Freiheit auch in Zukunft atmen will. Weil ich will, dass der, der zuzieht, spürt, hier kannst du leben. Ganz gleich, wo du herkommst. Ganz gleich, wie dein Vorgarten aussieht. Ganz gleich, welcher Religion du angehörst. Als Pfarrer von Leun und Tiefenbach weiß ich, dass die Luft, die ich atme, nicht immer gut ist. Dass die Tiefenbacher in jahrelangem Kampf hoffentlich jetzt geschafft haben, einen Ort der Luftverschmutzung stillzulegen, um wieder atmen zu können, das wünsche ich mir für uns Leuner auch. Bei uns geht es allerdings nicht um eine sogenannte Recyclinganlage. Bei uns geht es um eine Ideologie, die in Leun eine soziale Maske trägt, aber unter dieser Maske das alte Gesicht zeigt. Das Gesicht des Rassismus und Antisemitismus. Das Gesicht, das vor 80 Jahren einmal in Deutschland überall präsent war und mit seinen Reden dafür gesorgt hat, dass die freie Stadtluft zu einem erstickenden Qualm wurde. Zunächst erstickend für alle Andersdenkenden, Andersglaubenden, dann für alle. Die Städte lagen damals in Trümmern, als dieses Gesicht verschwand. Wisst ihr das noch? Das soll um Gottes Willen nie mehr geschehen. Stadtluft macht frei, so soll es sein und bleiben. Frei von Rassismus und Antisemitismus. Und damit offen für alle, die in Freiheit miteinander leben wollen. Frei von Schönrederei der Nazi-Diktatur und Geschichtsfälschungen. Damit wir in Erinnerung an die schlimmen Seiten unserer Geschichte mit offenem Gesicht und erhobenen Hauptes heute all denen begegnen können, die uns die Freiheit nehmen wollen. Frei, um miteinander das Leben hier im schönen Warental in der Stadt Leun gestalten zu können. Manchmal ist es nötig, eine Firma zu schließen, wenn sie es nicht schafft, ihre Luftverschmutzung in den Griff zu bekommen. Ich glaube, es ist Zeit, dass die Firma geschlossen wird, die sich NPD nennt. Dafür stehen wir als Demokraten Seite an Seite. Aber eins sage ich auch. Die Menschen, die sich jetzt im Haus der Begegnung versammeln, sollen die freie Luft Leuns spüren, sollen wissen, dass ihre Ideologie nicht willkommen ist, sie aber als Menschen hier befreit von der Knechtschaft ihres Irrglaubens in Frieden leben können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und einen guten Nachmittag. Vielen Dank. Vielen Dank.